Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich für euch Crew-Radio. Ganz wunderbare Geschichte. Dann die tollsten Bilder vom Ein- und Auslaufen. So ein bisschen die Romantik der Reise in eure Wohnzimmer bringen. Und danach machen wir zusammen Sport. Besonders in diesen Tagen muss die Crew richtig zusammenhalten an Bord. Und da haben sich einige was richtig Tolles ausgedacht. Denn mit Musik geht alles besser. Guck mal. Guten Morgen Aida Prima, Guten Morgen Dubai, Guten Morgen Dear Crew. Es ist 9.30 Uhr, es ist Zeit für die Crew-Radio. Hier live von Deck 15. Crew-Radio mit DJ Marci und DJ Mike. Wir sind ja hier auf Aida Prima drei DJs an Bord. Und wir haben noch einen Kollegen, den DJ Micky. Und der macht einen Teil davon. Das heißt, drei Stunden macht dann tatsächlich Mike und ich. Und den anderen Teil, die zweiten drei Stunden, macht dann der DJ Micky. Der hat dann sich noch einen Kollegen dazugeholt von der Band, den Sänger, den Anton. 15612, you have some requests. Please have some requests or he will talk until this is over. Die Idee, ein Crew-Radio zu machen, ist aus der Situation entstanden, dass wir keine Gäste mehr an Bord hatten. Und wir haben bei uns auf unserer Hauptverkehrsstraße auf dem Schiff. Dort kommt faktisch jeden Tag immer jeder vorbei. Und dort haben wir auch kleine Zettel hingelegt. Und dort können die Leute halt ihre Wünsche draufschreiben. Besonderes ist, dass wir zum einen versuchen, Radio zu machen, wie wir es aus Deutschland kennen. Das heißt, tatsächliche Radiomusik, aber auch gepaart mit ein bisschen Clubmusik. Die Resonanz hier fängt an von, ihr macht uns den Tag schön. Euch macht die ganze Arbeit, die wir nebenbei machen, viel mehr Spaß, weil eben was passiert. Und jetzt machen wir zusammen wieder das Fotoalbum auf. Die schönsten Ein- und Auslaufszenen haben wir hier für euch zusammengestellt. Und ich wünsche euch sehnsuchtsvolle Momente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und natürlich haben wir es nicht geschafft, alle unsere tollen Destinationen unterzubringen. Wir haben uns Mühe gegeben, die schönsten rauszusuchen. Aber ihr habt sicher eure eigenen Favoriten und genau die könnt ihr heute hier unten drunter posten. Wir freuen uns sehr auf eure Bilder. Und jetzt kommen wir zum Sport. Zusammen Sport machen, jetzt hier und sofort mit den beiden Kollegen von Bord. Viel Spaß und mitmachen! Hallo liebe AIDA-Freunde! Wir hoffen, ihr vertreibt euch durch den Sport ein bisschen die Langeweile. Wir starten in der Seitposition. Der Ellenbogen kommt direkt unter die Schulter in einer Linie. Die erste Option ist, das untere Knie anzuwinkeln, das obere zu strecken und sich daraus hoch zu stützen. Wer es ein bisschen anstrengender möchte, darf auch gerne beide Beine strecken. Es ist wichtig, eine Linie von der Achselhülle bis zur Ferse zu haben. Die Hüfte schiebt nach oben, der Po ist fest und die Schultern sind übereinander gestapelt. Immer weiter atmen, auch wenn es zittert und anstrengend wird. Wenn es zu anstrengend wird, habt ihr natürlich jederzeit die Option. 2, 1 und Pause. Die zweite Übung ist wie immer für die Ausdauer. Dafür machen wir Hampelmänner. Ich denke, die sind allen bekannt. Deswegen starten wir direkt in 3, 2, 1 und los. Hier ist es wichtig, die Knie leicht gebeugt zu lassen, um samt zu landen. Wenn man dafür noch Zeit hat, darf man zwischendurch natürlich auch gerne lenken. 3, 2, 1 und Pause. Jetzt darf natürlich das Herz auch wieder ein bisschen schneller schlagen. Die letzte Übung machen wir wieder auf der Matte in Rückenlage. Wir starten in Rückenlage, achten darauf, dass der Rücken fest auf der Matte ist. Winkel die Beine im 90 Grad Winkel an, die Ellenbogen liegen auf dem Boden auf und die Füße gehen im Wechsel Richtung Boden. Das ist die erste Option. Hier hat man auch die Option, es ein bisschen schwerer zu machen, indem man die Beine streckt und den Rücken die ganze Zeit stabil lässt. Eine Möglichkeit, es ein bisschen schwerer zu machen, ist die Beine zu strecken, die andere den Oberkörper leicht anzuheben, um die Bauchmuskeln noch ein bisschen mehr zu fordern. 3, 2, 1, Pause. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, sich eine kurze Pause zu gönnen, bevor man die nächsten Runden startet. Wie immer könnt ihr drei oder mehr Runden machen und wenn euch 30 Sekunden irgendwann zu langweilig werden, dürft ihr auch gerne die Zeit noch mal ein bisschen steigern. Viel Spaß weiterhin. Und zum Schluss wie immer die schönste Musik von Bord mit den wunderbarsten Urlaubserinnerungen und ihr bleibt bitte gesund und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Und heute wohnst du in Glasgow und dein Cello steht im Keller. Komm, pack das Ding doch noch mal aus und spiel so schön wie früher. Du spielst das Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an. Und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Na, 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 na. Cello, oh, 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 oh. Du spielst das Cello, ja. Egal, auch in Chicago. Ich war dabei, du bist dabei, wir sind Cello, ja. Dankeschön.